Liebe Freunde von Paddel macht Spaß. Wie ihr schon mitbekommen habt, machen wir viele Städtetouren in den Niederlanden mit Kajaks, Kanus und auch Stand Up Paddel Boards. Im Moment bin ich auf einem Location Check in Leiden, das ist oben bei Katweik und dort werden wir Ende April ja den nächsten Ausflug starten. Dann soll es auch ein bisschen wärmer sein und wir freuen uns alle drauf und damit ihr euch auch ein bisschen darauf freuen könnt, haben wir euch ein paar Impressionen zusammengefasst und wenn ihr dabei sein wollt, meldet euch bei uns. Musik 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 Musik